Ende Woche 1. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wir sind jetzt ein paar Übungen durchgegangen. Wir gehen dann jetzt gleich weiter in Woche 2. Woche 2 bauen wir auf, auf den Übungen von Woche 1. Allerdings steigern wir sie ein bisschen. Falls du noch nicht so weit bist und du sagst, die Übungen waren jetzt schon relativ schwierig, bitte bleib in Woche 1, mach die ein paar Mal durch. Du kannst die Woche 1 gerne wiederholen. Und wenn du dann bereit bist, start weiter mit Woche 2.